Was ist denn so eine Ölwaffinerie? Die würde hier hinpassen, sagst du? Okay. Dann guck mal hier das. Zack, fangen wir da hin. Fahf, fahf. Es geht noch irgendwie. Es geht noch kurz so. ... ... ... ... ... ... ... und missoult schuss Tuck zusammen ist der Punkt er war er war und die Zeit er hat ja und der wie das aussieht er ist bei mir ein richtig geiles Industrie- und in die Luft gesprengt wurden aber wie von Chemiebränden wie das aussah ich klicke gerade das brennt so grün ich klicke gerade so drauf dann hör ich so waaah kibibibibum ich die 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 und der die 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 also ja vor allem muss ich hier meine meine ölraffenerie ausbauen ich bin zwar für den minus aber das lange ich nicht pleite gehe habe ich immer noch drei verlassenen gebäude und du hast nen fetten ding ja ich stehe noch so ein ding hin ist der herr schild und 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 das dann und export auch das das ist doch nix wo ist hier mohr ihr verfickten Bus ihr seid mir noch egal und jetzt weniger Einwohner Alter die Spezialisierung im Raum echt viel Platz hat stimmt stimmt wie viel Kohle ist da in jena oder ist da noch extrem viel Kohle oder ist das was geht warte mal kurz an der Straße bitte ha 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 ne weißt du was kommt jetzt kann ich eigentlich bauen da das Stück nicht keine Läden oder Parks ach fuck das ist eigentlich in einem Gewerbegebiet quasi aber in einem Gewerbegebiet ist davon ab das ist ja es ist ja es ist ja das ist ja es ist ja Na, was willst du denn schon wieder mit deinem Geld? Ich kann nicht nochmal machen, der scheiß Platz reicht nicht mehr. So, weißt du was, ich glaube ich nehme mir jetzt eine zweite Statte, damit ich dann ein paar Arbeiter habe. So, das ist jetzt meins. Na, ich habe mich nur gestreckt. So, hallo, Zehn an Tor? So, das ist kommen in hier so. Den Boh. So. 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 Toll, oder? Zack, genau. Ja, ich weiß ja schon, wo ein Gebiethaus ist. Okay, dann müssen wir die Straße schnell. Windkraftwerk hier, ich sag bloß Grundwasser, wo ist die Grundwasserkarte? Da, okay, da stelle ich einfach, naja, abwasser, abwasser, egal. Ich sag jetzt mal raus, Leute, kommt ja rein. Da brauche ich mal mehr Straßen. Ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal. Neh, nicht ok, noch ist zu wenig Geld. Da weißt du mir dann jetzt die Schnee und nehm den Tisch. Ja, also irgendwie kackt gerade echt, dass die Tennis von einem von uns beiden weg Ja, gleich. So und so. Okay, die Stadt wird vollkommen krank. Warte mal. Gib mir Geld. Ja gut, neun. Kann man machen. In der Stadt. Kohle ist da oben. Erz. Erz gibt es auch, ne. Kohle, Kohle hier. Okay. So, jetzt. Arthas. Komm in da raus. Ja gut. Komm in da raus. Zack, mitten hier rein. Weißt du was? Da brauche ich mir mal was. Hey Samuel, du bist bei mir zu Besuch. Ja, steht halt da dran. So. Okay. Ey, sieht voll geil aus. Ich hab neben mein Rathaus so zwei von diesen hohen Baum reingesetzt. Auf einer Seite jeweils eins. Okay, Stadt wieder nichtig. Oh. Ähm. Ich glaub du brauchst dafür ein Herren namens Handelsdepot. Also, also meinetwegen können wir jetzt Aufnahmestopp machen. Was machen wir jetzt? Äh, dann sag ich auch. Es liegt ja. Ich warte. zysta. 하� spoke. Für mich gehört ist ja jetzt ist nicht so.